Schau, wir schauen mal realen Insel mal rein. Den mag ich gerne. Let's go. Was ist TOS? TOS steht für Terms of Service. Und das schreiben Leute in den Chat, wenn irgendwas gegen die Twitch-Regeln ist. Also wenn irgendwas meistens im sexuellen Content gegen die Twitch-Regeln ist, dann schreiben die Leute rein TOS, weil es theoretisch gegen die Terms of Service ist. Aber ist es meistens gar nicht. Was? Sie lassen Ihre Wäsche noch analog reinigen? So richtig vor Ort? In Ihrer Nachbarschaft? Erstmal bin ich hier Standkunde schon seit Ewigkeiten. Und zwar... Okay. ...wird die Wäsche hervorragend gemacht. Ich würde sagen, die raucht sicherlich nicht, Freunde. Boah, das ist ja voll oldschool. Heutzutage nutzt man doch einen Online-Wäsche-Service. Ja, ich bin wohl verrückt geworden. Dankeschön. Ich frage mich tatsächlich, ich frage mich tatsächlich immer nicht, warum man zu einer Wäscherei geht, wenn man, also es gibt zwar Leute, die haben keine Waschmaschine zu Hause in ihrer Wohnung, kann ich schon verstehen. Aber ich würde schon sagen, dass echt so gut wie alle Wohnungen haben doch eine Waschmaschine, dann macht man das doch einfach selbst, oder? Man muss doch einfach nur die Wäsche reintun, dann noch so einen Tab rein und das war's. Und das ist doch eigentlich übelst easy. Und man spart sich doch voll viel Zeit. Ist doch total nervig, da zu so einer Wäscherei zu gehen. Außer für Anzüge und so. Und für Anzüge und Hemden, das macht Sinn, ja. Frau, da kennen Sie wohl das tolle neue Angebot von DM und Persil noch nicht. Die bieten jetzt nämlich einen Online-Wäsche-Service an. Und zwar in Essen und wie hier in München. Und der geht so. Schmutzwäsche abgeben, vorher online registrieren, Kundennummer rauf aufs Paket. Und ab geht's in die Persil-Online-Wäscherei. Ich habe, ehrlich gesagt, zuerst gedacht, das ist ein Scherz. Bis ich mich dann auf der Seite habe vergewissern können, dass es tatsächlich angeboten wird. Das ist natürlich vollkommener Unsinn. Ja, aber das Beste kommt auch erst noch. Hä? Die Wäsche wird nämlich nicht mal eben vor Ort gewaschen, wie zu Großmutters Zeiten. Die Wäsche wird von DHL abgeholt, wird nach Hannover zu Persil gebracht. Dort wird sie dann gereinigt und gebügelt. Und dann kommt sie hier wieder über DHL zurück. Und der Kunde kriegt dann... Geht's komplizierter? Der Mail, die Info, dass die Ware zurück ist und abholbereit ist. Ja, richtig gehört. Sie geben ihre Wäsche in Essen oder München ab. Gereinigt wird sie aber in Hannover. Denn nur da wird ihre Wäsche so... What? Wie dumm ist denn das? ...richtig online sauber. 250 oder 650 Kilometer kacheln ihre Unterhosen und Socken durch die Republik. Pro Strecke, versteht sich. Nee, echt jetzt? Äh, ich bin grad sprachlos. Ist ja auch gebügelt. Okay, ist los mit Scheiße. Nee, du... Ehrenmann. Idee, DM. Finde ich total daneben. Gerade bei der jetzigen Diskussion zum Klimawandel und Co. Ich fahre hier mit dem Fahrrad hier und lass meine Wäsche nach Hannover fahren. Das geht nicht. Ach, Quatsch. DM hat ne total weiße Weste. So auch total lange dauern dann, oder? Und mit Persil gewaschen. Wir bei DM berücksichtigen bei neuen Angeboten und Services stets auch ökologische Aspekte. So versuchen wir, Ressourcen so umweltschonend wie möglich zu verwenden. Ich wollte noch sagen, von wann ist das wieder? Das ist aber noch ziemlich neu. Das ist jetzt erst von letzter Woche. Also es ist anscheinend echt was sehr Aktuelles. Den Daumen ermittelt, dass über ein Jahr von einem einzigen Fahrzeug, das die Wäsche von München nach Hannover fährt, ungefähr 50 Tonnen CO2 ausgestoßen werden. Ach, die paar Tonnen CO2. Der Wäsche-Service ist trotzdem voll nachhaltig, sagt DM. Die Wäschebeutel sind wasch und damit wiederverwendbar. Die Versandkartons bestehen aus recycelbaren Rohstoffen. Ja, und? Also es ändert jetzt nichts an der Strecke. Lost. Ja, ich benutze meinen Korb auch wieder. Oh, manche sind einfach noch nicht bereit fürs digitale Zeitalter. Der Online-Wäsche-Service von DM und Persil. Echt eine saubere Sache. Ganz luste Nummer. Also wirklich ganz, ganz, ganz luste Nummer. Bin ein bisschen schock, lass ich mal ganz kurz schauen. Was haben die Leute da so drunter geschrieben? Ist es auch gebühlt, denk kurz nach, trotzdem scheiße. Wir kaufen mein Hemd, hat nur 120.000 Kilometer runter. Und dann wurde es selten getragen bei Interesse mit dem Melden. Danke. Ich frage mich, ob es nicht günstiger für die wäre, einfach selber die Waschmaschinen halt im DM vor Ort zu haben. Das müsste doch auch günstiger sein, oder? Ganz luste Nummer. Kann man sich echt kaum vorstellen, dass das real ist. Aber ist es halt tatsächlich, ne? Nur für die Leute, die ein realer Irrsinn noch nicht kenne, hätte ich vielleicht vorher sagen müssen. Und das sind so Videos von extra 3 mit Sachen in der Welt, die halt wirklich real so passieren, wo man sich einfach nur denkt, what? Aber ist alles real tatsächlich. In dem Bayerischen Städtchen Erding gibt es nicht nur das alte Rathaus, sondern auch dieses Verwaltungsgebäude gegenüber. Ein weitreichendes Problem. Denn wie sollen die Beamten bloß hin und her kommen? Das bewegt auch die Bürger. Günstigste Lösung ist von dieser Tür raus und in diese Tür rein. Was? Wie abwegig. Das Rathaus befindet sich schließlich hier. Und der Erweiterungsbau dort. Und um von einem Haus ins andere zu gelangen, muss man über diese Straße gehen. Ein No-Go. Da vorne ist ein Zeberstreifen, der funktioniert ganz gut. Das ist einer der bestfunktionierendsten in Erding. Zum Glück hat sich die Stadtverwaltung eine sehr viel naheliegendere Lösung ausgedacht. Sie bauen einen Tunnel. Ja, das ist ja gut. Genau. Einen Tunnel. Was? 28,3 Meter lang und 1,1 Millionen Euro teuer. Was? Wie los ist denn das? Das ist doch ein Joke. Als ob. Bürgermeister Maximilian Gotz ist zutiefst überzeugt von der städtischen Arbeit aus dem Untergrund. Zitat. Für eine effiziente und gute Erledigung der vielen Vorgänge ist ein Tunnel für die Verwaltungsabläufe notwendig. Ja, denn nach Schätzungen des Bürgermeisters queren die Beamten angeblich bis zu 350 Mal täglich die Straße. Das wäre bei 8 Arbeitsstunden ein Beamter pro Minute. Okay, also jetzt gerade mal keiner. Der Job ist einfach hin und her zu laufen. Tunnel hat ja noch einen... Könnte ja mal Regen, ja? Es könnte ja mal regnen, ne? Dann müsste man ja durch den Regen laufen, Mann. Dann nehmen wir lieber die Millionen Euro, den Millionen-Euro-Tunnel. Stimmt, ja. Viel tieferen Sinn findet... Ja, wenn ich... Stell euch mal vor, es wird regnen, dann würden die Haare nicht mehr richtig sitzen. Rechtsdirektor Andreas Erhardt. Der Begegnungsverkehr mit Akten oder ähnlichem Oberirdisch birgt immer die Gefahr des Verlustes einzelner Daten. Dies ist aus datenschutzrechtlichen Gründen verheerend. Aber wenn man es nicht hinbekommt, Sachen in den Ordner zu packen und kurz 8 Meter oder so rüber zu laufen. Wie weit war das weg? 20 Meter? Verheerend. So ein ungeschützter Datenverkehr ist schließlich extrem anfällig für tückischen Seitenwind. Da ist ein Tunnel eben die einzige Lösung. Das sind jetzt 30 Meter, da läuft man halt rüber und herüber, wenn es wirklich sein muss. Oder ich habe eben eine Abteilung komplett da und eine Abteilung komplett da. So sollte es ja auch sein. Es ist ja überhaupt kein Argument. Aber nur, wenn man es oberflächlich betrachtet. Der Erdinger Stadtrat hat das Projekt jedenfalls fest im Tunnelblick. Hier hat man noch Visionen. So was ist ja ein Projekt, ich will über 100 Jahre und länger. Ich bin überzeugt davon, dass der Tag kommen wird, wo jeder sagt, gut, das wird diese Chance. Manch einer mag die Tunnelidee vielleicht für abgehoben halten. Aber eins ist sie garantiert. Unterirdisch. Richtiger Alman-Kick-Weh-Joke hier, die da die ganze Zeit eingebaut werden. Aber ist wirklich, ist ja wirklich ultra lust. Als ob man hier nicht rüber laufen kann. Als ob das so umständlich ist. Und wenn man deswegen einen Tunnel baut für eine Million Euro. Ganz, ganz miese Nummer. Ehrlich. Da, ganz kritisch. Okay, schauen wir noch ans letzte Video rein. Das ist noch, das soll anscheinend auch sehr lustig sein. Ich bin auch mal gespannt. Der Baudezernent von Bad Salzuflen ist mächtig stolz. Denn hier steht ein ganz neuer und einzigartiger Brunnen für 40.000 Euro. Hä? Deutschland. Ja, okay, ich weiß nicht, wie teuer Brunnen sind. Aber 40.000 hört sich kritisch an. Erster Geysir. Wir wollten einen haben mit einem Wow-Effekt. Also einen Brunnen oder einen Geysir, der alle paar Minuten spritzt. Und das Ganze... No section. ...ohne Vorwarnung. Einen Meter fünfzig hoch und vor kurzem sogar noch viel höher. Wir haben die Fontäne drei Meter hoch spritzen lassen. Also der Geysir ging über drei Meter hoch. Dann war aber im Umkreis von sechs Meter alles nass. Leider auch die Leute. Achtung. Stark. Ich hab ja schon einige Leute... Wieso macht man da nichts Beständiges, was schön blubbert die ganze Zeit? Also wieso macht man denn da was, was einfach so kommentbar macht? Ich würde nass werden sehen, weil ich hier in Rufweite wohne. Das nennt man Wow-Effekt. Wow-Effekt. Stört Leute, die erschrecken sich, werden nass gespritzt. Man muss immer sehen, dass man wegkommt. Wenn ich einen Herzinfarkt kriege, dann schau ich nicht. Da muss natürlich gehandelt werden. Der Baudezernent baut ein Geländer um den Geysir für mehr Sicherheitsabstand. Nur leider finden die Bürger das auch nicht gut. Dann fällt man drüber. Nachts ist das schlecht beleuchtet. Dann rennt man gegen das Geländer. Solche Argumente kamen. Gut, das 1000 Euro teure Geländer wieder weg. Welcher Alman hat sich beschwert, dass man dann dagegen läuft. Ich meine, es sah schon kacke aus jetzt. Aber wer läuft denn da dagegen? Ist auch ganz lost. Real Talk. Und die Spritzhöhe auf 1,50 Meter gekürzt. Doch auch so fordert der Geysir seine Opfer. Ist auch passiert, dass jemand ganz nah dran vorbeigeht. Die Fontäne kam gerade und eine Frau mit dem Rollator ist vor Schreck umgefallen. Ich wollte gerade sagen, stellt euch vor. Schaut euch vor, ihr lauft da vorbei. Ihr habt so gar keinen Bock auf den Tag. Und dann kommt dieser Geysir und macht euch komplett nass. Dann möchtet ihr doch einfach nur noch sterben. Aber ich habe auch ganz vergessen, dass vielleicht Leute mit dem Rollator einfach nur sterben. Also, umkippen, ne? Sterben wird niemand. Aber umkippen, ne? Heißt das nicht Geysir? Wie heißt der denn? Geysir? Wie wird das ausgesprochen? Geysir? 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 Wie wird das ausgesprochen? Ich habe da noch nie in meinem Leben von gehört. Von einem Geysir? Das ist ein normales Wort für Brunnen. Ich kenne nur Brunnen. Can I cover fry? Gut, das ist das Leben. Das ist das Leben. Muss man eben besser hingucken. Wenn wir auf dem Boden unten eine nasse Zone sehen, dann fragt man sich ja, was ist das? Warum ist das nass? Und dann guckt man. Und dann weiß ich auch, da ist irgendetwas. Genau, hier ist doch irgendetwas. Huch! Das finden auch die Leute im benachbarten Café spannend. Der ideale Geysir Beobachtungskost. Das kann ich mir aber gut vorstellen. Das ist echt funny sein, sich da einfach hinzusetzen und den Tag über zu beobachten, wie die Leute einfach vereinsvorsterben sind. Ich sitze jeden Tag hier. Die Eltern wissen ihnen das gar nicht, dass da Wasser kommt. Schon sind sie nass und dann sind sie am Schreien. Jetzt müssen sie nach Hause umziehen. Jetzt sollen die Leute auf den Geysir-Eckos... Dieser andere schadensfroh Mensch, der da hockt. ...besser vorbereitet werden mit einer Countdown-Uhr. Oh nein. So sehen Sie an einer digitalen Uhr. Es sind noch 10, 11, 12, 13 Sekunden. Und dann bleiben sie auch stehen und erleben es. In Bad Salzofen... Erleben das. Ist ja nicht so, es kommt noch was richtig krasses. Es macht einfach nur einmal... Das war's. Brodelt es. Achtung, Röber. Wow. Es kommt. Wow, Wasser. Wow. Richtig nice. So, ja, was ein Erlebnis, ne? Schon ein krasses Erlebnis. Leute, einzelne Chat, wenn ihr das auf jeden Fall sehen wollen würdet und es mega faszinierend findet. Ganz, ganz krasser Geysir. Ja, aber auf jeden Fall auch... Aber noch auf jeden Fall fanden die Videos, muss man sagen. Gerade ihr seid eigentlich echt immer gut. Ist auch immer fanden. Bis zum nächsten Mal.